hallo und herzlich willkommen heute hier zum group update nummer 18 am fünften zwölften 2021 wie wir es kennen gehen wir natürlich zu beginn des ganzen durch die crypto news der woche hier von btc echo de dann schauen wir uns noch mal den crypto 4 in greed index an wie ver bereits in der vergangenen woche den btc schad und dann schauen wir uns mal ganz kurz das bitcoin man pool an bei bobby lee was das ganze auf sich hat das machen wir jetzt hier direkt mal und zwar starten mit den wichtigsten crypto news der woche ja was ist denn überhaupt so passiert diese woche natürlich haben wir hier wieder extrem volatilität am markt wie ich das ja bereits auch schon angekündigt habe habe ich das ja gesagt dass wir das jetzt wahrscheinlich in den nächsten monaten sehen werden bis wir hier das top erreichen da gibt es verschiedene aussagen drüber aber wir gehen jetzt erstmal eben auf die news ja ein denn da sehen wir direkt als erstes der fragwürdige omikron token und dessen kurswachstum ja in der vergangenen oder am 26 november hatte die weltgesundheitsorganisation die neue waren der variante des corona virus also das omikron b1 159 hört sich fast an hier wie das eip update von ethereum als besorgniserregend eingestuft und ja das hatte dann auch wieder auswirkungen auf den crypto markt und auf alle anderen märkte auch hier gab es dann einen token der sich omikron nannte auch schon vor dieser ganzen ankündigungsgeschichte was dann mal wieder gezeigt hat wie dummes geld in den markt kommt und ja dieser token ist natürlich dann auch ziemlich gepumpt worden und hatte dann dementsprechend einen enormen kurswachstum ich würde euch immer empfehlen haltet abstand von solchen sachen das wird euch langfristig nicht nichts bringen jack dorsey twitter aus und square wird zu blog ja das war eine der großen news die ich diese woche hier auch empfunden hatte am 29 november hatte cnbc verkündet dass jack dorsey co-founder und ceo des social media giganten twitter von seiner funktion als twitter chef zurücktreten wird und da gab es dann auch wieder wilde spekulationen das ganze wird aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein dass er auch sie auch von dem unternehmen square war welches sich jetzt eben zu blog um benennt benannt hat und weiter in dieser zahlungsdienstleistungsgeschichte wie ich das ja auch schon in der vergangenen zeit immer wieder mal erwähnt hatte weiter vorantreiben möchte was es damit auf sich hat das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten wochen oder monaten sehen etp offensive invesco und wisdom tree gehen live ja das ganze ist natürlich jetzt hier auch noch mal so ein bisschen zu sehen dass es hier exchange traded product sind die hier eben weiter auch in den kryptomarkt reingehen möchten hier wurde gesagt dass der kryptomarkt seit 2009 rasant gestiegen sei und aktuell bei einer marktkapitalisierung von etwa 2,6 billionen us-dollar notiert und deswegen eben hier auch dann weiter vorangegangen werden möchte in diesem segment jota geht ins metaverse ja nachdem wir ja bereits vor wochen den ceo mark suckerberg von meter ehemals facebook gehört hatten dass hier das meter wird immer weiter voranschreitet hat sich auch hier die jota foundation oder jota insgesamt mit neuen projekten zu wort gemeldet jota ist so eine geschichte wo ich mich auch wieder noch mehr mit befestigt beschäftigen muss um hier wirklich mal zu verstehen was ist das ganze zu bedeuten hat die arbeiten hier nicht auf eine blockchain technologie sondern dass dieser sogenannte tangle für ursprünglich internet of the things war das ganze gedacht wird es wahrscheinlich auch noch weiter sein dass maschinen miteinander kommunizieren können beziehungsweise eben auch zahlungsabwicklungen leisten können allerdings ist hier leider gottes immer noch nicht so viel passiert das mainnet hat immer noch seine schwierigkeiten und demzufolge bin ich da auch nicht wirklich investiert btc echo auf der blockchains 2021 ja jetzt am wochenende vom 2 bis 4 dezember fand die blockchains die führende blockchains messe in europa in hamburg statt da war ein interessanter speaker dabei unter anderem michael saylor der dann eben auch per live video zugeschaltet wurde aber auch viele andere größen des krypto universums ja war ganz interessant ich habe mir da auch so ein paar sachen schon mit angetan oder mich informiert und da wird es natürlich auch noch mal interessant werden welche auswirkungen das ganze hat wir sehen immer wieder dass die implementierung von bitcoin technologie in der realwirtschaft immer weiter voranschreitet und das ist eben auch der punkt warum ich hier so mega bullish bin weiterhin bei bitcoin was heißt weiterhin ich denke wenn man es einmal verstanden hat dann wird man dabei eben auch bleiben wir schauen uns an den krypto 4 and greed index ja bereits in der vergangenen woche hatten wir darüber gesprochen und zwar hatten wir da einen wert von 27 wenn ich mich jetzt nicht irre und wir sind jetzt mittlerweile bei 18 aufgrund des absturzes wie es so gerne gesagt wird oh gott absturz aber immer ganz die füße stillhalten denn das kennen wir hier aus dem krypto universum gerade was ich hier ganz interessant finde ist auf jeden fall wenn man sich mal den wert anschaut mit 18 den hatten wir das letzte mal im september und danach oder davor irgendwann mal im juli als wir nach dem mai eben diesen größeren abverkauf gesehen haben das schauen wir uns aber gleich auch noch mal an ich möchte kurz in den aktuellen btc-chart reinspringen und zwar haben wir hier wieder eine veränderung von minus 88 4 prozent zum vergangenen sonntag wir waren hier allerdings auch schon deutlich tiefer wir hatten am gestrigen morgen um fünf uhr hatten wir einen ja ein dumps sage ich jetzt einfach mal bis auf 43.000 je nachdem wo man sich angeschaut hat da ging es sogar bis 40.000 runter je nach börse was schon ein extremer abverkauf darstellte wir sind hier oben von 57.000 us dollar gekommen da sind eine ganze menge btc long positionen die geleveraged waren also hier mit hebel im markt waren sind da eben liquidiert worden ich habe was gelesen von um die zwei milliarden also schon eine ganze menge geld die hier eben liquidiert worden ist beim nächsten thema hatte ich angekündigt dass wir uns hier noch mal kurz die bitcoin mempool anschauen bei bobby lee doch wer ist bobby lee eigentlich ich habe jetzt hier mal kurz ein screenshot raus gemacht aus linkedin bobby lee ist founder und ceo of bellet bellet ist ein unternehmen was 2019 wohl gegründet wurde und vorwiegend dafür gedacht ist sogenannte hardware wallets beziehungsweise paper wallets in anderen arten darzustellen ja also zum beispiel eine gold platin karte oder eine gold karte mit einem bitcoin drauf oder mit einem zehntel bitcoin also 0,1 bitcoin et cetera da hat der sich jetzt mittlerweile eben darauf spezifiziert doch was hat er denn davor gemacht ja und zwar ist das ganze eigentlich zurück schon auf das jahr 2013 als er btcc also btc china gegründet hatte im jahr 2011 und das war chinas erste bitcoin exchange und demzufolge auch sehr früh hier schon im markt dabei gewesen und ist unter anderem auch board of directors member bei der bitcoin foundation seit über sieben jahren das heißt hier ist auf jeden fall viel expertise dabei gekommen bin ich auf das ganze durch den twitter eintrag den er hier geschrieben hatte ich zitiere das ganze einfach mal eben auf englisch da ist ein hidden indicator of a true bitcoin bull market that i haven't shared with many people an authentic fomo rally the bitcoin mempool gets clocked up this is unavoidable due to massive fraud and gigantic inflow from newbies all over the world in october november we didn't see the mempool clock up which is probably why it didn't have lags resulting in yesterday's correction now we are seeing it bolt up if this continues then this could be the start of the actual fomo rally better later than ever und was das ganze bedeutet schauen wir uns nämlich jetzt hier nochmal an die ganzen daten basieren nämlich jetzt hier auf seinem eigenen auf seiner eigenen full note wo eben die bitcoin blog größen mit den jeweiligen transaktionen dahinter liegen das ganze jetzt erstmal ein bisschen komplizierter aus ist für mich aber ein ganz guter indikator tatsächlich auch den ich mir bisher so noch gar nicht angesehen hatte aber es macht schon sehr viel sinn denn gerade dann wenn wir diese formo rally haben deswegen sage ich immer formo ist ganz gefährlich damit wir nicht im absoluten top kaufen um einfach mehr satoshis zu staggen ja also das heißt immer derjenige der jetzt nicht gerade diesen dca sowieso schon macht um eben diese ganze reihe von einkauf einstiegsmöglichkeiten zu haben und dann eben ein average zu bilden bei seinem einkauf der könnte sich hier dran auch noch mal ein beispiel nehmen und zwar haben wir das hier ganz gut schon gesehen im jahr 2017 das heißt eigentlich immer wenn diese peaks hochgehen bedeutet dass das nicht alle transaktionen die gerne ausgeführt werden wollen würden im bitcoin auf der main chain die sich dort eben ansammeln was damit zu tun hängen hat dass die bitcoin meiner natürlich die transaktionen bevorzugen die mehr transaction fees zahlen und die anderen bleiben dann im sogenannten mempool zurück und wir sehen halt eben dieser extremen anstiege weil wir dann eben eine extremen input vom markt sehen dass sie eben extrem viele leute an bitcoin partizipieren wollen das ganze war eben hier auch schon in im april und mai des jahres wie was hier sehen auf der ganzen statistik ich gehe jetzt einfach mal eben zurück auf die ein jahres statistik da sehen wir das nämlich auch noch mal hier im april und das korreliert auch sehr gut mit dem bitcoin preis wenn wir uns den jetzt einfach mal im tagesverlauf ansehen und dann sehen wir das ganze ja auch hier sehr schön dass wir hier eben im februar start gestartet sind bis in den mai rein wenn ich jetzt hier noch mal zurück spule vom februar bis in den mai hinein sind eben hier diese peaks gewesen und wir befinden uns momentan hier unten das seht ihr jetzt gar nicht ich gehe einfach mal auf die letzten 30 tage da seht ihr das jetzt auch noch mal allerdings ist das hier wieder extrem hoch wie es aussieht obwohl wir hier nur bei einem wert von 35 sind deswegen bringt uns das nicht so viel wenn wir sprechen hier von 250 ich versuche das jetzt mal eben hier so ein bisschen rüber zu ziehen indem ich das jetzt einfach mal anders mache aber was ich damit sagen möchte ist eigentlich auch immer wieder dieses thema was denken die leute wie es ist einfach nur durchzuholen nein das ist nicht dieser ganz normale fahrradweg der hier zum ziel führt sondern wir werden immer wieder auch diese ab korrekturen haben und werden uns hier wirklich auch zusammenreißen müssen dass wir nicht in diese panikverkäufe kommen wie das ganz viele machen ich hoffe ihr habt keine panikverkäufe durchgeführt und informiert euch weiterhin über die technologie von bitcoin denn die ist am ende des tages eigentlich die entscheidende um das ganze besser zu verstehen noch mal eben ganz kurz hier drauf zurückgezogen ich versuche mal eben kurz mein bild hier ein bisschen zu verschieben damit ihr das auch noch mal seht wo wir uns nämlich dann jetzt hier befinden tatsächlich sind wir weit davon entfernt hier irgendwie in diese fomo phase zu kommen wo der preis eben dann auch stark ansteigen wird wie sich das ganze verhält kann ich leider auch nicht sagen ich habe keine glaskugel was ich weiß ist auf jeden fall das und das kann ich euch seit 2017 zumindest schon mal an die hand geben weil seitdem bin ich dabei und da haben wir das ganze schon deutlich öfter erlebt und korrekturen von 35 40 prozent sind hier keine seltenheit wenn wir uns das ganze short term anschauen das soll es erstmal für heute gewesen sein ich wünsche euch noch einen schönen sonntag und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet bis dahin nur das beste ciao